Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Verdammt Er ist tot Frohe Weihnachten Ist ja ein komisches Ding Was sehen Sie? Weiße Diamanten? Ja Was mögen die wert sein? Mindestens fünf Tausend Millionen Höchstwahrscheinlich weiß jemand, dass er die hat Was passiert, wenn dieser jemand danach sucht? Und wenn jemand erfährt, dass er je in diesem Zug war? Wir könnten die Leiche abwerfen Ich wollte mich hier mit einem Freund treffen Einen kleinen Mann Ich habe im Zug niemanden gesehen, der dieser Beschreibung entspricht Sagen Sie mir bitte, dass hier noch ein größerer Koffer ist Nein Wir hatten uns auf einen Plan geeinigt Moment mal, was machen Sie da? Ich improvisiere Sie halten mich wohl für verrückt? Der von uns zerhackt nicht hin und wieder mal eine Leiche Wir führen zu Ende, was wir angefangen haben Wir können Miles nicht mehr trauen Er will es nicht ernsthaft genug Ich bin Detective Lerville Ich muss die Fahrgastliste sehen Einer muss es ja auf sich nehmen Wer im Zug weiß noch, dass es hier ist? Niemand Das war sonst niemand Vertraue mir Sie können nicht klar denken Sie müssen einen klaren Kopf kriegen Stoppen Sie sofort Hören Sie auf damit Sie nehmen das nicht Das gehört uns Auf den Stieg Nein, nicht